Hallo und willkommen zurück zur Sinnfarming Challenge hier auf der Rehbach. Wir haben mit ihr Lieben Smetti wieder am Start. Ja, hallo, servus. Normale Leute zählen 1, 2, 3, wir zählen 1, 3, 4. Ich erinnere dich nur an mein 5, 3, 1. 5, 3, 1? Ich hatte irgendwann mal rückwärts gezählt, glaube ich. Also versucht rückwärts zu zählen, was nicht geklappt hat, aber egal. Ja, normal sagten 1, 2 viele, ne? 1, 2. Warte mal, hast du hier? Ja, er hat, warte mal, ist da jetzt der Staat? Was? Doch. Was? Nein? Wie? Na gut. Über wer? Aber warum? So. Immer noch in der Aufnahmesession hier, warte mal, dann hast du der Wegpunkt. Oh, Haltstock. Seit 20 Sekunden und dann heißt's immer noch. Naja, die Folgen werden zu lange. wir müssen jetzt schauen, dass wir 10 Sekunden Folgen hinkriegen. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Er sagt, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Halt, Stopp. Warum jetzt schon wieder? Halt, Stopp. So nicht. Warum macht der das immer falsch rum? Ah, so ein Sack. Weil er es kann. Also eben nicht, aber das Gefühl habe ich auch langsam. Wenn ich doch hier so starten kann. Gas, 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 Gas. Komm, 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 komm. Zieh. 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 Mhm. 78,7 Tonnen, Alter. Komm, zieh, 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 zieh. Zieh, du Luder. Ähm. So, warte, jetzt wollen wir mal nach der Weg... Komm schon. Nein, nach der Wegpunkt. So. Und jetzt gib ihm mal. Jetzt sinkt's wieder auf der Scheibe. Nein, Zucki, jetzt gibt's nix mehr. Oh. Ist fast genug. Jetzt gibt's nix mehr. So, der ist fleißig hier am mulchen. Sie ist ja auch so süß, wenn's länger ein Schmusen kommt, das... Das ist grad eben so die ersten paar Minuten oder die ersten Momente auf der Hand sitzen und ein bisschen schmusen und dann... Und, hast du das zum Futtern auch? Ja, du Säcke, du. So, warte mal, wir gucken mal... Krieg ich den hier so angezögelt? Und, äh... Oh, haben wir ausklappen? Du, Alter, ich seh ich nix. Ich mach die Augen auf. Ja, ich dreimal das Licht auf, ne? Hintertöfen. Hintertöfen? Ja, das, gell. Ja, nein. Ach, guck an, der hat das geschafft, oder was? Wow. Bin beeindruckt. Halt, steht's da. Überall laden starten vom Raps. Dann machen wir gerne noch mal i. I. So, jetzt müssen wir mal einmal hier schnell rum und dann da oben rum. Oh, oh, war, es nimmt nicht i. Zwicky. Zwicky. Hm? Sieht man in der Kamera gar nicht, oder? Sieh es wieder so unter der Kamera, dass du es genau nicht siehst. Näää. An sie echt gut. Brauchst die Multicam. Multicam? Multicam bei Zwicky. Zwicky. Nee. Nee. Zwicky. Was sagen sie zu ihrer Privatsphäre? Was ist das? Genau. Big Brother is watching you. Zwicky. Big Smelly. Oh, nein, 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 nein. Guck, guck, guck. Oh, pff. Das war knapp. Er juckt's. Was? Er juckt? Er juckt auf der Brust. Er juckt. Aber weißt du warum? Jo, jetzt ist es wieder weg. Ich hab mich gekratzt. 16 16 16.000 das heißt könnte könnte knapp in kopf das war mal jetzt hier schön da fahren wenn wir jetzt auch schon mal hier in position bringen den kollegen hier so hat er kaum noch was drin da muss ich jetzt mal hier runterfahren ich habe letztes mal ein bisschen sagt gut gut aber das habe ich hier unten jetzt gelagert da muss ich einmal hier quer durch müssen wir das sagt gut man auch schnell holen ganz schnell ich habe beide hänger leer gemacht das ist eine kunst oder wenn es das einzelne reinfest nicht ach so muss dann mal wieder abhängen anhängen und so weiter ja genau zurückschieben mit der dolly fahren wir wieder nach vorne so frau basta kommen wir hier dran kommen wir hier dran meine dolly was meine dolly ja weil du sagst komm da dran komm da dran komm da dran kommen wir hier dran ach so kommen wir hier dran hier dran hier dran hier dran hier dran genau hier dran warum denn der jetzt naja egal weil das kann weil das kann das gefühl habe ich auch so äh full ok los geht's falsch ja kann wieder los äh warte mal zu welchen zu welchen zu welchen zu welchen zu welchen ne nicht ganz so äh ja besser ein Stückchen zurück so 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 warte mal äh ähm ähm so so kamera an kamera aus so warte äh äh ist komplett runter und er nimmt es nicht will es nicht will er es nicht ne so warte mal was die frage 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 äh war der hier unten rausgegangen oder da oben na gut ist erstmal egal können wir ja ruhig da unten nehmen ähm super jetzt los damit der scheine ausse kann ich ums haus rennen über den hof da durchquetschen haben wir noch superkraft ne smenny hat mehr kraft smenny hat gut gefrühstückt smenny hat cornflakes smenny hat cornflakes smenny hat zeigst du heute umeinander so wir fahren da gerade kommen das ist ahhh so was magst du denn da hör auf machen wir jetzt das oder machen wir das ähm alter ne komm hier machen wir das so äh kurz überlegen überlegen ähm 28 so den kurs muss ich noch löschen äh fällt 28 ssssss ssss 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 8mf hängen wir den jetzt schon wieder ach komm mal den letzten 15 cm vom hänger da is er hängen wir den jetzt schon wieder ja da ist er mit dem willst du mich verfallen uh smenny über uns die stimme In Batman. Mit Doppel-T. Batman. Übrigens mit B-E-T-T geschrieben. Ja. Aha. Der wahnsinnige Hinterstadt. Die Bienen sich. Oh. Wo fahr ich denn hin, ich Depp? Weiß ich nicht. Oh. Was hast du denn vor? Ja, das weiß ich scheinbar selber nicht genau. Ja, was hast du denn vor? Das weiß ich scheinbar selber nicht genau. Ja, jetzt fangt er schon an zum Reimen, ne? Läuft bei dir. Controller. Was ist denn da? Erst Junge. Der gleich alles? Ja, ja. Sehr gut. Du, jetzt davor runter. Und die Reizeit. So, jo, brav. Und oi, do. Oi, do? Jetzt häng ich da schon wieder auf den Scheisshäsel. So, macht er den bitte noch? Jaaaaaa, macht er noch. Da lang. So, jetzt noch mal ein bisschen auszart. Vielleicht geht's jetzt. Muss geht's. Ja, pass. So, jetzt mal kurz hier stehen. Ach, perfekt. So, scharflings, scharflings. Brauchen wir nicht scharflings, wir fahren ja grad weiter. Der fährt so wie er soll, der steht. Da war so. Ähm, der wartet. Oh, wo häng ich jetzt schon? Alter, komm. Da ist nichts. Wo häng ich da bitte? E-Controller. Oh, oh. Was ist denn da für eine Scheisse? Controller leer. Controller Arschloch. So. Wahrscheinlich, weil ich den, den, den Bluetooth-Dongle einmal für fünf Sekunden abgesteckt gehabt habe. Ich habe ihn einmal abgezogen. Das habe ich mich getraut. Das war sicher der größte Fehler, was ich überhaupt machen kann. Uuh. Mit Windhofen. So, den aus. Oh, warte mal. So, der ist fertig da. Kurz weg. Na komm, brauchst du nicht vorglühen. Ah, manche alten Maschinen. Oh, ist er schon geerntet? Ja, okay. Achso, ja, bei der Sorgung ist es manchmal ein bisschen schwierig. Da siehst du es nämlich nicht sehr gut, ey. Das ist echt... Da ist so ein kleiner Scheifen drin gewesen, was noch nicht geerntet war. Ja, das habe ich gesehen, aber... Ähm... Tempo, ja, cool. Äh... Da, da... So, das ist ready. Können wir den erstmal hier wieder... Vorne. Da, hier. So, warte mal, den können wir jetzt hier drauf bringen. Äh, ab in den Süden. Der Ernte hinterher. Äh, oh, was geht? Der Ernte hinterher. Äh, oh, was geht? So, warte mal, das snippt doch hier drauf, ne? So ein snippet, snappity, snuppity. Ja, genau, das würde ich. Snipp, snip, snip. Ja, sehr gut. Schni, schna, schnappi, 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 schnappi. Das drückt ziemlich gut aus. Du sagst es. So, wenn ich jetzt noch die Einhängerkupplung hier erwische, dann ist es schon mal ein halber Jackpot. Wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre, wäre ich heute schon Millionär. Lalalala, oh, das ist ja auch nicht schlecht. Nichts dagegen. Macht mein Handy ständig. Millionär sein? Was? Achso. Ne, was? Leer sein? Was? Millionär sein. Leer sein? Ja, leer sein ist das, das stimmt. Ja, das macht's auch. Mein Handy ist kein Millionär, nein. Bist du Handy-Millionär? Wo du ja umdreht, weil ich falsch gefahren bin. Ja, hast. Da sagt er mal, xx. Ja, ich weiß, das ist da nix. Herrschaftszeiten noch einmal. Das sind drei rote Kreuze. Ist das das Kennzeichnung für Puff? Und das auf der Farming Simulator Map oder was? Mit FSK 0 meinst du? Ja. Ja, muss die Giants nochmal nacharbeiten. So. So. Den hier. Ist da rechts kehrt niemanden. Pass, zack, stopp. Abhängen und geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Bewegt den Arsch. Ausglappen. Auf, 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 auf. Wir haben doch keine Zeit. Komm jetzt da. Mach's dich einmal. Ähm. Nur echte. 26. Mach mal das, was ich da sag, aber nur einmal. Ja, 26. Yay, haben wir auch schon. Sehr gut. Äh, Kurs lernen. Was zum Helfer, dass er einmal machen soll, was du ihm sagst, der lacht dich aus. Was denn? Na ja, wenn du dem Helfer einmal sagst, er soll einmal machen, was du ihm sagst, dann wacht er dich aus. Naja. Das ist, äh, absolut wahr. Ach, hoffnungsloser Volkhofer, oder? Ja. Und jetzt, ach, er erntet. Puh. Er hat eben gerade schon wieder gedacht, er macht hier irgendwelche komischen Spirenzien hier. Oh, Schweingart. So, warte mal, der ist annähernd voll. Dann müssen wir da mal stehen. Wo fahren wir denn da jetzt? Äh, ach, da lang. Puh. So, noch schnell zum Drescher abtanken und dann... Mitten in einem Baum hier, ey. Das ist auch eine Kunst. Warum habe ich das Ding eigentlich... Äh, ist der so leicht vorne auf der... Sagst du, ist doch ein Gewicht drin. Das Tractor ist not so well balanced. Naja, man kann sich ja vorne draufsetzen. Er kann ja aber nicht steuern. Das ist mein, meine Probleme. Das machen wieder Mr. Bean. Das, äh, ja, auch eine gute Idee. Ah. Ich kann nach links, 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 kommt, 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 kommt. Passt. Das macht mich wahnsinnig. Ja, du schaffst das. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ja, toll. Ich und die KI und das GPS. Danke. Fatale Kombination, meinst du? Brutality. Oder bei Mortal Kombat dann... Fatality. So, einmal hier rüberheizen. Wo ist er denn? Oh, er ist ja schon fast hier... Uh, fast durch. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Da hat er uns stehen lassen. Da hat er uns... Eieieiei. Was ist der denn hier? Ach, da unten. Nicht doch. Was macht der hier? Da ist er da. Versuchen ist das richtige Wort. Mehr kann man das nicht nennen. So, da. So. So, bitte entlade. Ja, fahr weiter. Sehr gut. Stehen bleiben. So, wenn er da... So, auch mit diesen Worten... Mit dem Futter sofort stehen. Das ist die Zwucki-Zei. Wie geil. Das ist beschlagnahmt. Von der Zwucki-Zei. Äh. Das ist gehamsternahmt. Gehamsternahmt. Das ist gebunkernahmt. Ach Gott. Macht's nicht besser. Ihr sagen danke fürs Zusehen. Wenn das Ganze gefallen hat. Lass gerne ein Like da. Gern einen Kommentar. Und falls es noch nicht passiert. Den Kanal abonnieren. Abonnete. Was? Abonnete. Abonnete. Abonnete, genau. Ganz wichtig. Ähm. Deswegen war keine Kommentare unter den Videos. Unfassbar. Ähm. Den Kanal abonnieren. Glock aktivieren. Ganz wichtig auch hier. Bei dem Smelly vorbeischauen. Den ihr mir hört. Auf Twitch, auf YouTube. Kräftig abonnieren. Und folgen. Und alles. Und überhaupt. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei der Sim Farming Challenge. Bis dann. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Baba. 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 Baba.